Sexual-Magie, liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, ein Thema, das umstritten ist. Geht es hier wirklich um echte, wahrhaftige Magie oder ist es nur ein Vorwand, um seinen niederen Trieben zu frönen? Ich freue mich heute, nach fast genau einem Jahr wieder mit Frater V.D., Ralf Tegmeier, Autor zahlreicher Bücher über Magie, einen Podcast aufzunehmen. Vorher jedoch in eigener Sache Hinweis auf meinen Shop Masonic Art. In den vergangenen Videos hatte ich es schon mehrfach erwähnt, ich werde den Shop abverkaufen. Weihnachten steht vor der Tür, kommt mit großen Schritten näher. Vielleicht findet ihr was, was ihr verschenken wollt oder auch euch selbst schenken wollt in meinem Shop. Jetzt ist die Gelegenheit, viele Sachen sind preisgesenkt oder im Bundle zum Abverkauf angeboten. Schaut mal rein, vieles davon gibt es wirklich nur bei mir, denn es ist von mir designt und entworfen worden und wurde auf meine Designs hin angefertigt, wie zum Beispiel Maisner-Vorzellan-Medaillen oder auch diese Spielkarten aus Altenburg. Ja, meine Lieben, jetzt geht's los nach dem Intro. Schön, dass ihr dabei seid. Knowledge is an Inside-Job. Lieber Ralf, wir sehen uns oder hören uns wieder nach fast genau einem Jahr. Ja, du hast auch gerade wieder Geburtstag. Sehen wir mal, die Videos fangen immer mit Geburtstagsgrüßen an, also nachträglich alles. Ja, wunderbar, herzlichen Dank. Gut, hast du ein bisschen gefeiert oder war es eher eine Rüge? Ach nee, ich feiere meinen Geburtstag eigentlich nicht. Ich bin eigentlich den halben Tag damit beschäftigt, irgendwelche Glückwünsche zu beantworten, mich dafür artig zu bedanken und das war es dann auch im Wesentlichen. Ja, also hast du jetzt nicht die große Fäte gefeiert mit 200 Gästen oder so. Keine Sause, nein. Keine Sause, nein. Gut, du hattest kurzfristig mir dankenswerterweise zugesagt, mit mir ein Gespräch führen zu wollen über das Thema Sexualmagie. Vielleicht steigen wir erst doch nochmal so ein bisschen allgemeiner ein zum Thema Magie. Also Sexualmagie ist logischerweise dann ein Teilgebiet der Magie im Allgemeinen. Wird auch sehr verschiedenartig betrachtet. Für manche ist es was irgendwie Merkwürdiges, Bösartiges oder was weiß ich. Andere finden es toll. Hat sicher auch was mit Kulturen zu tun, das wirst du ja alles sicher noch erläutern. Wie stehst du dazu? Fangen wir mal so rum an. Ist Sexualmagie in deinem ganzen Leben ein wichtiger Aspekt gewesen oder eher so am Rande nur? Naja, ich habe immerhin zwei Bücher über das Thema verfasst. Genau. Da darf man schon davon ausgehen, dass es mir nicht ganz unwichtig war und ist. Handbuch der Sexualmagie ist glaube ich vergriffen. Prinzipiell. Ich wollte nur die Titel mal kurz ansagen. Also Handbuch der Sexualmagie ist glaube ich 86 oder 86. Das ist schon lange vergriffen, ja. Ja und dann gibt es noch, das heißt nur Sexualmagie, ne. Richtig, bei uns hat er. Ja und das ist noch erhältlich oder? Weiß ich nicht, du müsstest einen Verdacht fragen. Also ich bin ja nicht selber im Buchhandel tätig. Ja. Und das kann dir nur ein Buchhändler oder Verleger beantworten. Naja, du fragtest ja danach, wie ich wieder zu stehe grundsätzlich und da unterscheidet sich zumindest eine eigene Einstellung zur Magie nicht von der zu anderen Unterdisziplinien. Verkürzt gesagt, Magie ist wie ein Handwerk oder ein Werkzeug und das kann auf verschiedenste Weise verwendet werden. Das hat mit Moral im Sinne von Unterscheidung zwischen Gut und Böse, richtig und falsch nichts zu tun. Also man kann es zum Schaden anderer oder auch sonst sich selbst einsetzen oder zum Nutzen. Das ist unabhängig von der, vom Handwerk selber. Okay, aber wenn ich, ich meine, vielleicht habe ich mich ein bisschen unklar ausgedrückt. Mir geht es darum, dass natürlich Sexualmagie von gewissen Leuten immer als was sehr Negatives abgetan wird. Also alles, was so ein bisschen aus der ganzen christlichen Sichtweise kommt, da werden wir ja sicher noch ein bisschen tiefer reingehen. Das gilt aber für die Magie überhaupt. Das gilt nicht nur für die Sexualmagie. Also ich wehre mich dagegen, um das vielleicht mal zu kontextualisieren, immer wieder auf irgendwelchen Uralt-Tabus rumzuhacken, die es zwar noch gibt, aber die längst ihre Wirkmacht verloren haben. Das ist so, weißt du, wenn Leute sagen, ja, Sexualität zwischen Frauen, ein riesen Tabuthema. Ja, Gän, bei wem ist das denn noch ein Tabuthema? Natürlich, wie gesagt, gibt es solche Leute. Ob das nun irgendwelche Altvorderen sind, die nichts dazulernen oder ob es irgendwelche religiösen Fanatiker sind, ja. Aber das rückt doch alles zunehmend in den Hintergrund. Und ähnlich ist das mit der Sexualmagie. Das war vor 50 Jahren völlig anders, richtig. Aber heute würde ich nicht daraus noch ein großes Tabuthema machen wollen. Aber der Schatten dieses Tabus hängt ja in gewisser Weise zumindest in der westlichen Welt schon noch drüber. Also wenn man sich so beliest, sagen wir mal so, es gibt es in westlichen und östlichen Religionen, aber da ist Sexualität ganz anders konnotiert als bei uns. Da ist es eben freies Wirken und hier ist es eben irgendwas Geheimes, was man nur hinter verschlossenen Zimmern. Und dann gibt es ja noch das andere Argument, wenn ich jetzt mal so reingehen darf, wenn Magie etwas ist, wo ich mit meiner Kraft, Willenskraft oder wie auch immer ich die nenne, mit meiner magischen Kraft etwas verändere, dann ist es in der Sexualität ja am augenscheinlichsten, vor allen Dingen dann, wenn ein Kind dabei rauskommt. Wenn ich aber diese Sexualität oder den Akt der Sexualität für was anderes verwendet, ist ja eine Art Missbrauch dieser Kraft. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja, ich verstehe, worauf ich hinaus will. Aber das Ganze gilt natürlich auch für Masturbation. Die ist ja auch nicht dazu da, um Forst zu pflanzen, sondern hat andere Motive. Und im Übrigen nur als Nebenbemerkung, so frei ist die Sexualität in anderen Religionen keineswegs. Schau mal in die Praxis. Sie wird anders tabuisiert als beispielsweise im Christentum oder in dem, was man die christlich-abendländische Kultur nennt. Aber tabuisiert wird sie genauso. Ob man das im Judentum zum Beispiel sieht, was ja übrigens ja eigentlich zum judeo-christlichen Kulturraum dazugehört, oder im Islam oder auch im Hinduismus. Man findet in jeder Religion massive Sexualtabus, die nur auf kulturell unterschiedliche Weise verwirklicht werden. Was die Sexualmagie anbelangt, wie gesagt, die leidet, wenn man das so nennen will, unter anderem natürlich an der schlechten Presse, die Magie generell genießt. Magie, Zauberei wird ja auch in vielen religiösen Schriften verworfen, beispielsweise auch in der Bibel, wo die ja mit dem Tod bedroht ist und Totenbeschwörung zum Beispiel oder auch Hexerei was ganz, 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 ganz Böses ist. Und das gilt für die Nutzung der Sexualkraft oder Energie, oder wie du es nennen möchtest, zu magischen Zwecken natürlich ganz genauso. Ist aber historisch zunächst einmal zu begreifen. Wie gesagt, gibt es immer noch, ja, aber tritt als Tabu zumindest zunehmend in den Hintergrund. Da bist du heute schon, sag mal so, da erntest du sehr viel strengere Blicke, wenn du dich als, sagen wir mal, Umweltsau outest, als wenn du sagst, dass du ab und zu mal zu einer Sigel wickst. Bei allem Respekt vor all deinem Wissen würde ich trotzdem noch mal nachfragen wollen. Also vielleicht mehr eingegrenzt auf diese religiösen Kontexte. Ich meine, das, nehmen wir mal Christentum, ja, in jedem Gottesdienst finden in gewisser Weise magische Akte statt, die auch gar nicht verbrämt werden. Also wenn zum Beispiel Wein in Blut verwandelt wird, sag ich jetzt mal, da hat der normale Christ ja gar kein Problem an sich damit, mit dieser Stelle im Gottesdienst, im Ritual. Aber was Sexualität betrifft durchaus, bis hin zu der ganzen Thematik, dass Maria unbefleckt empfangen hat. Also was ich mir so angelesen habe, geht das ja auch sehr stark zum Beispiel auf Paulus zurück, dass die Sexualität so tabuisiert worden ist. Oder sehe ich das falsch? Das kann man zum Teil so sehen, wobei es ist ein bisschen problematisch. Das fängt ja mit der Frage an, welche Briefe des Paulus als echt gelten und gelten dürfen. Und da ist die Forschung ja mittlerweile sich weitgehend einig, dass es ja knapp die Hälfte der Briefe sind, die tatsächlich von Paulus stammen sollen. Das macht die anderen Briefe nicht unbedingt uninteressanter. Möglicherweise stammen sie von Paulus Schülern oder Anhängern. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass man mit diesen ganzen religiösen Schriften auch immer sehr genau textkritisch umgehen muss, um festzustellen, was ist zum Beispiel eine spätere Interpolation. Beispiel, diese Sache mit die Frau Schweige in der Gemeinde, Tarket Mulia in Ekklesiam, wie das immer gerne lateinisch zitiert wird, das in einem Paulusbrief drinsteht, gilt den meisten Forschern, nicht allen, aber den allermeisten, als eine spätere Extrapolation. Nun ist das eigentlich wiederum ein Zitat aus dem Alten Testament. Insofern ist das ein bisschen strittig. Aber ich will damit nur sagen, da wird dem guten oder auch dem armen Paulus vielleicht auch manches unterstellt, was in dieser Form nicht so richtig stimmt. Unterm Strich macht es letztlich keinen Unterschied. Das siehst du schon richtig, weil es hat dann das Christentum, das Kirchenchristentum massiv geprägt. Dass die Sexualität eben nach katholischer Auffassung zum Beispiel, übrigens auch nach der vieler evangelischer Denominationen, oder protestantischer, sicher nicht aller, aber einiger, dass die Sexualität nur allein der Fortpflanzung dienen darf und keineswegs nur der Lust oder zumindest der reinen Lust, das hat sich da sicher auch daraus abgeleitet. Im Übrigen, wäre es nicht daraus passiert, also aus diesen Schriften heraus abgeleitet, hätte man wahrscheinlich andere Gründe gefunden dafür, das lag ziemlich in der Luft, diese Art von Anti-Hedonismus. Der hat, man gucke sich mal die Stoie an, die etwa zeitgleich mit dem Christentum aufkommt, oder ein bisschen früher, aber nicht wesentlich. Da hat man auch schon einen ziemlichen Anti-Hedonismus in der griechisch-römischen Kultur. Und das ist so wie ein Pendelschlag. Es geht von äußerster Libertinage bis rüber zur strengsten Askese kulturell und dann schwingt das Pendel wieder zurück. Also das will ich ja gesagt jetzt nicht nur dem Christentum allein anlasten. Im Übrigen spielen da natürlich auch patriarchale Strukturen eine Rolle, die es zum Beispiel bei den Gnostikern in dieser Form in den Gemeinden eigentlich nicht gab. Da gab es also sehr viel mehr Frauen, die auch aktiv tätig waren, auch als Bischöfinnen und so weiter. Das ist dann erst mit dem eher misogynistischen, orthodoxen, später Kirchenchristentum dann aufgekommen. Und da wurde dann auch die Sexualität nochmal stärker reglementiert. Ein gutes Stichwort, was du anrufst, habe ich auch auf meinem Stichwort zählt, die Rolle der Frau in sexual-magischen Praktiken. Oftmals ist es tatsächlich ja doch eher eine passive Rolle oder man könnte auch böse sagen, die Frau ist nur Mittel zum Zweck. Könntest du das so unterschreiben? Also pauschal vielleicht nicht, aber... Das gibt es viel, das ist richtig. Und ich verweise immer gern da in dem Zusammenhang auf Gregorius von Fraternita Saturni, der mal an einer Stelle schreibt, so einen wunderbar patriarchalischen Satz, für den er heute wirklich aus dem Saal gepfiffen würde. Der Magier beschaffe sich ein Medium und mache es sich hörig. Und damit ist natürlich ein weibliches Medium gemeint und mit Hörigkeit ist auch eben sexuelle und auch andere, vielleicht auch wirtschaftliche oder wie auch immer, psychologische Abhängigkeit gemeint. Und das war eine Generation, das, was Eschner dann mal diesen alte Männer-Okkultismus der 20er-Jahre nannte, da war das weit verbreitet. Und diese Auffassung von der Frau als letzten Endes dem Mannes dienende, eher passive, irrationale, nicht zu logischem Denken fähige und so weiter und so fort Instanz, die dann auch letzten Endes nur als Vehikel für sexualmagische Zwecke verwendet werden sollte. Weil andererseits zeitgleich, beziehungsweise in dem Fall sogar noch früher als Gregorius, findet man bei Alastair Crowley das Konzept der Babylon, das ist das genaue Gegenteil. Die Babylon ist alles bloß nicht nur ein passives Hascher, das man ab und zu mal benutzt, um als Gefäß für den eigenen Samen oder die sexuelle Energie herzuhalten, sondern das ist der moderne Begriff von Powerfrau, deckt das ja nicht mal annähernd ab, was sich unter dem Babylon-Konzept versteht. Und das, wie gesagt, einige Jahrzehnte vor Gregorius' unsäglichem Satz. Interessant, du hast jetzt alle drei wichtigen Namen genannt, die auch bei mir stehen. Eschner hast du vorhin kurz erwähnt, Crowley jetzt auch. Nehmen wir doch mal die drei Organisationen, die dahinterstehen, also OTO zum Beispiel oder AA, was Crowley betrifft, Fraternitas Saturni und nicht zuletzt natürlich Eschner, Telema Society. Zu Eschner, wer sich damit beschäftigt, weiß, der hatte ja richtig Probleme wegen sexuellen Missbrauchs, war ja sogar vor Gericht dann. Ja, und im Knast mehrere Jahre. Oder im Knast sogar, genau. Einen Freund, den du auch kennst vom Namen her, der Aaron, der war ja in der Telema Society einige Jahre und hat Mike Eschner noch kennengelernt und hat dann auch ein bisschen eigenen Blick auf die Dinge, die dort gelaufen sind. Aber das will ich jetzt mal hier nicht irgendwie so im Detail vertiefen. Aber es ist doch immer wieder, also gerade bei diesen drei Organisationen, die sich ja als sexualmagische Orden in gewisser Weise auch teilweise definieren zumindest, spielt das ja immer wieder eine Rolle. Und offensichtlich scheint ja Crowley noch das weltoffenste Bild davon gehabt zu haben. Oder wie siehst du das? Oder anders, du hast gesagt, Fraternitas Saturni, heute würde er aus dem Tempel gejagt werden. Ja, ich habe gesagt, aus dem Saal gepfiffen. Oder aus dem Saal gepfiffen werden oder irgendwie so. Jedenfalls mit so einer Bemerkung, jedenfalls mit so einer Bemerkung, wie der Magier beschaffe sich ein Medium und mache es sich hörig. Und ja, also ich würde es mal so sagen, das habe ich auch in meinem ersten Buch über Sexualmagie entsprechend reflektiert. Der OTO hat ja schon, das war noch vor Crowleys Zeit, als er sich offiziell in seiner Oriflamme outete, schon zur Sexualmagie bekannt. Und er hat sich auch in seiner Gradstruktur integriert. Also dann gibt es einen Grad, da ist die Autoerotik angesagt. Dann gibt es einen weiteren Grad, da ist die Heteroerotik angesagt. Und Alistair Crowley hat dann noch einen homoerotischen Grad eingeführt. Worauf ich nur hinaus will, ist, dass dort eine Systematik der Sexualmagie entstanden ist, die sich dann auch in einer Gradstruktur äußert. Das hat Vorläufer, beispielsweise in der Hermetik Brotherhood of Luxor von, naja, ob sie von Pascal Beverly Randolph ist oder nicht, ist in der Forschung mittlerweile umstritten, was seine genaue Rolle dort war. Aber auf jeden Fall Randolph als Vorläufer im 19. Jahrhundert bereits für sexualmagische Praktiken, Der Gründer des OTO hat ja auch selber gesagt, er sei in damaligen kolonialen Indien, in Lahore speziell, was heute zu Pakistan gehört, in sexualmagische Praktiken eingeweiht worden. Also Karl Kellner war das. Und ob das stimmt, lässt sich historisch nicht unbedingt verifizieren. Uns fehlen da einfach die entsprechenden belastbaren Dokumente und Zeitzeugenäußerungen und so weiter. Aber worauf ich hinaus will, da gehen wir vielleicht aber noch näher darauf ein, dass das ohnehin alles sehr viel älteren Ursprungs ist. Nur um auf die drei Orden noch mal einzugehen. Ich nehme das mal mit Telema vorweg. Da habe ich zu wenig persönlichen Einblick. Da wende ich lieber an Aaron. Der kann dir da sicher sehr viel belastbar und kompetente Auskunft geben. Ich habe von außen betrachtet die Telema-Organisation von Eschner eigentlich sowieso nur als mehr oder weniger imitativ begriffen. So eine Art, na ja, ein bisschen bösartig gesagt, OTO für Arme. Aber da mag ich dir vielleicht Unrecht tun. Ich will mich da, so wie gesagt, nicht festlegen. Das kann ich mangels eigener Einblicke nicht wirklich seriöserweise tun. Was die Fraternita Saturni angeht, die begreift sich nicht, anders als oft dargestellt, die begreift sich nicht als sexualmagischen Orden. Die Fraternita Saturni hat einen Grad, der 18. Grad oder Gradus Pentalfe, den ich auch innehabe, der sich mit Sexualmagie beschäftigt, wo man sich darauf konzentriert, mit diesem Thema befasst. Wobei da dann aber auch interessant ist, vielleicht historisch zu wissen, der ist eigentlich erst Anfang der 50er Jahre eingeführt worden, im Zuge einer Gradstrukturreform. Damals gab es Verhandlungen zwischen Gregorius und Metzger vom Schweizer OTO, in Nappenzell, Stein in Nappenzell, über eine Fusion. Eigentlich sollten OTO und Fraternita Saturni fusionieren. Das war also so beschlossen. Und im Zuge dessen wurde der 18. Grad eingeführt, sozusagen als Tor für die OTO-Mitglieder, als Eintritt in die FS. Man muss das dazu beachten, dass wenn zwei Orden sich diffusionieren und sie doch etwas andere Gradstrukturen haben usw., dann stellt sich dann immer die Frage, welche Grade hat denn jetzt wer in dem neuen Orden, wenn er von woher kommt. Und es war jetzt nicht so, dass aus OTO und FS ein neuer, ein neu benannter Orden werden sollte, sondern es sollte schon Fraternita Saturni bleiben. Aber dann stellte sich dann eben die Frage, weil man kann jetzt nicht sagen, ja, wir übernehmen, okay, wir verschmelzen unsere beiden Orden und deine Mitglieder müssen jetzt alle als Novizen anfangen, wieder von vorne. Das ist für die Altgedienten, die Meister, Leute, die seit Jahren da tätig sind, natürlich nicht zumutbar. Aus diesem Grund wurde in der Fraternita Saturni der Gradus Pentalfe, der 18. Grad eingeführt. Das stand dann im Zusammenhang mit einer generellen Gradstrukturreform. Vorher hatte die FS nur 10 Grad, inzwischen 33, seitdem 33. Und der 18. ist ein, wie gesagt, thematischer Grad, der sich mit der Sexualmagie befasst. Aber es ist keineswegs so, dass der Pflicht wäre, also dass man verpflichtet wäre, diesen Grad zu bearbeiten und zu absolvieren. Oder dass die, logischerweise, konsequenterweise, dass die FS behaupten könnte, sie sei ein sexualmagischer Orden, als wäre das irgendein Schwerpunkt. Das würde übrigens der OTO für sich wahrscheinlich selber auch ablehnen. Auch wenn drei Wesen, die er gerade mit sexualmagischem Inhalt hat, geht es im OTO noch um ein paar andere Sachen, als um Sexualmagie, wenn auch verstärkt. Und mit Sicherheit erheblich stärker betont, als in der Fraternita Saturni. Also es ist jetzt ganz hochspannend, was du hier in so kompakter Kürze gesagt hast. Wenn ich mal kurz meine Assoziationen reingeben darf, also einmal diese 33-Grad-Struktur erinnert ja irgendwie auch an den alten und angenommenen schottischen Ritus. Da stammt es auch ursprünglich her. Ja, und sogar, ich glaube, die Bezeichnungen der einzelnen Grade wurde ja sogar von Crowley irgendwie auch beibehalten. Nein, nicht Crowley. Crowley war zwar auch, der war winkelmaurisch aktiv im Memphis-Misrael-Ritus. Die FS hat sich tatsächlich bei ihrer Grad-Strukturreform dann in den 50er Jahren an den Altstraten orientiert. Deswegen eine 33-Grad-Struktur. Die Grade unterscheiden sich trotzdem. Man kann sie nicht eins für eins gleichsetzen. Unter anderem, was Würde gerade sind, was Arbeitskarte und so weiter. Aber grundsätzlich ist das an der Freimaurerei orientiert, ja. Also was mich nämlich sehr irritiert gerade ist, ich bin ja im schottischen Ritus Mitglied gewesen, also inaktiv inzwischen. Da ist ja der 18. Grad eigentlich diese ganze Rosenkreuzer-Thematik und hat im schottischen Ritus im Grunde null irgendwas mit Sexualmagie an der Stelle zu tun. Aber ich weiß nicht, wie tief wir da jetzt reingehen wollen. Aber das ist für mich eine offene Frage. Ich denke, es ist für das Sexualmagie-Thema weniger vom Relevanz. Weniger vom Relevanz. Eher ein Thema Grad-Struktur. Und wie gesagt, die 33er-Struktur wurde übernommen, aber nicht die Grade 1 zu 1. Und die Rosenkreuzer, es gibt auch in der FS Rosenkreuzer-Grade, die sind aber eher in den Hochgraden über 20 angesiedelt. Und haben auch, wie gesagt, eigentlich mit den FM-Graden eigentlich inhaltlich relativ wenig zu tun. Okay. Wieso kam es nicht zu dieser Fusion? Vielleicht das mal noch in 20... Weil sich Gregorius und Metzger überworfen haben. Ja. Und ziemlich bitterlich. Und Gregorius hat dann Metzger unter anderem auch vorgeworfen, Herr Herbert, dass sein einziges Manuskript, dieses seines zweiten Romans einbehalten, ihm nicht mehr zurückgegeben, vereinbarungswidrig. Und deswegen ist es auch zu Gregorius-Zeiten nie veröffentlicht worden, das Buch. Und wir werden das wohl von der FS-Seite her nochmal nachholen. Ja. Das Skript ist wieder da. Ach so. Aber die Fusion, wie gesagt, hat nie stattgefunden. Die Gradstruktur der FS, die im Hinblick auf diese Fusion, unter anderem nicht allein, aber auch stattgefunden hat, die ist halt dann geblieben. Und seitdem hat die FS auch den Anspruch, das war auch ursprünglich vereinbart, für die Inhalte des 18. Grades, dass die auch das Recht haben, ihren eigenen OTO zu gründen. Was aber in der Form nicht wirklich passiert ist, oder? Ich habe das einmal gemacht, tatsächlich. Ach so, okay. In England, als sehr enge Freunde von mir, die im Kalifats-OTO waren, dort Schwierigkeiten bekamen und rausgeworfen wurden, habe ich die OTO Foundation gegründet, Kraft meines Amtes, als Inhaber des 18. Grades und ihnen dann diesen neuen Orden überreicht. Ja, okay. Aber es ist jetzt nicht gang und gäbe so, das ist eben einmal. Nee, das ist meines Wissens historisch das einzige Mal, dass das passiert ist. Ja. Okay, spannendes Thema, das können wir auf jeden Fall mal noch vertiefen. Ich würde für heute vielleicht nochmal einen Switch machen auf eine andere Frage. Wie siehst du die Veränderung, das ist jetzt eine sehr komische Frage, die vielleicht kommt, also wie siehst du die Veränderung, den Blick auf die Sexualmagie unter Berücksichtigung neuer Technologien? Also ganz konkret meine ich Internet, Pornografie und so weiter und so fort. Also wir sind uns einig, dass die Möglichkeit im Internet Pornografie zu konsumieren, en masse irgendwie auch das Sexualverhalten der Menschen verändert. Es gibt so Studien, dass Jugendliche irgendwie es viel schwieriger empfinden, heute einen Jungen oder ein Mädel kennenzulernen auf normalem Wege, weil sie vorher schon quasi halb verdorben sind durch Pornokonsum und so. Hat das auch einen Einfluss auf die Idee des magischen Handelns, der Sexualmagie? Oder anders, ganz frech gefragt, ist Pornografie im Internet sowas wie ein Unterlaufen von Sexualmagie? Nein, wieso? Pornografie hat es ja schon immer gegeben oder fast immer. Gut, aus der Steinzeit ist jetzt vielleicht keine Pornografie bekannt, wenn man die Venus von Willendorf nicht solche bezeichnen will. und das wäre sehr arghistorisch, das zu tun. Also was sich sicher verändert hat durch das Internet überhaupt, auch durch Pornografie im Internet, das ist also ganz logisch, erstmal der Zugang zu Pornografie, aber auch damit einhergehend auch eine Enttabuisierung der Pornografie. Wie gesagt, nicht immer allgemein und sie ist ja auch, je nach Land, was man anguckt, ist sie juristisch dann auch reguliert. In China beispielsweise darf im Internet keine Pornografie angeboten werden. Sexspielzeuge jede Menge, aber keine Pornos. Oder es gibt Altersbeschränkungen und so weiter. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, was sich vielleicht geändert haben mag, ist, dass Leute, sagen wir mal, nicht mehr so eine Hemmschwelle haben, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Mehr aber auch nicht. Ich sehe nicht, dass sich da, sagen wir mal, an den Praktiken der Sexualmagie da etwas wesentlich geändert hat. Wer Pornografie als sexuelle Anregung verwenden will, der tut das. Wer für Sexualmagie sexuelle Anregung braucht, der nutzt vielleicht auch Internetpornografie. Das weiß ich nicht. Das weiß ich aber auch deshalb nicht, weil Leute darüber jetzt auch nicht andauernd reden und es da auch keine empirischen Studien gibt. Und ehrlich gesagt, würden die mich auch nicht weiter wirklich interessieren. Weil, wie das jeder selber macht oder handhabt, das ist seine oder ihre Sache oder sind deren Sachen. Aber ich sehe nicht, dass ich da qualitativ etwas durch verändert haben sollte. Ich meine das mehrmals so im Sinne von Entzauberung. Also ich meine, sicher gab es immer schon sowas wie Pornografie, aber in der Masse und in dieser Offenheit ja nicht. Und ich brauche ja nur meine eigene Kindheit und Jugend zu nehmen und das ist ja noch nicht so lange her, da war das schon irgendwie noch was ganz Geheimnisvolles. Man hat sich als Jugendlicher natürlich danach gesehnt, mal ein Mädchen zu küssen oder anzufassen und so, aber es ist doch in der heutigen Zeit, also ich will jetzt auch nicht Pornografie verdammen, ja, also ich bin ja jetzt nicht der baptistische Prediger oder sowas, aber dass da ein gewisser Entzauberungseffekt eintritt, ist, glaube ich, unstrittig, oder wie siehst du das? Ja, ich weiß nur nicht, ob man da nicht an der falschen Adresse an die Tür klopft, wenn man das der Pornografie anlastet oder zuschreibt, dass, sagen wir es mal so, die sogenannte sexuelle Revolution Anfang, Mitte der 60er Jahre, 1960er Jahre, kam ja nicht durch, zum Beispiel nicht durch Pornografie oder ihre leichtere Verfügbarkeit zustande, sondern durch die Antibabypille, weil plötzlich ein ganz wesentlicher Risikofaktor bei der Sexualität, nämlich, dass die Frau schwanger werden konnte gegen den Willen der Frau erst mal, aber auch gegen den Willen des männlichen Partners, das weitgehend entfallen ist und Frauen vor allem dann auch sich freier sahen, was Sexualität angeht und das hat natürlich und das übrigens auch war ein Teil dafür, weshalb dann zunächst mal in skandinavischen Ländern und dann auch anderswo Pornografie dann auch legalisiert wurde, wenn auch ab dem Mündigkeitsalter, aber nicht umgekehrt und ich denke, dass, wenn du davon sprichst, dass es für dich was Geheimnisvolles war, Mädchen und Küssen, ja natürlich, meine Güte, so haben wir wahrscheinlich alle angefangen, aber nochmal, das hat mit Pornografie nicht unbedingt was zu tun, weil die Pornografie zeigt dann allenfalls, selbst wenn man in dieser Verfassung ist, zeigt die allenfalls, wohin man mal gerne möchte, wenn man diesen Zugang, sprich Partner, Partnerin erstmal hergestellt hat, was man dann damit anfangen möchte, das zeigt die Pornografie, ja, aber ich sehe nicht, dass sie irgendwie, sagen wir mal, es entzaubert, es sei denn, das mag sein, aber das kann dann individualpsychologisch unterschiedlich sein, hängt dann mit der eigenen Soziation zusammen, eigenen Psychologie und so weiter, inwieweit, meinetwegen die weibliche Sexualität für einen Mann, wenn wir mal von Heteros sprechen, inwieweit die weibliche Sexualität da was geheimnisvoll Mystisches ist oder so etwas, bitte, seit den 60er Jahren gibt es ja auch in Schulen Sexualkunde, Aufklärung, wird Aufklärung überhaupt zum Thema gemacht, das war ja vor dem Krieg noch, also keineswegs unbedingt der Fall, nach dem Zweiten Weltkrieg, ich weiß noch, wie mein Vater sich da abgeächzt hat, um mich dann aufzuklären, als ich neun Jahre alt war und das war damals ein Thema, war ein Thema geworden, das ist in 20er Jahren, meine Güte, hat man das gemacht oder nicht, aber es war jetzt, es war natürlich eine furchtbar umständliche und ihm eher unangenehme Pflicht, aber ich will damit nur sagen, das war dann in 50er, 60er Jahren fing das an, da gehörte das dann eigentlich zu elterlichen Pflichten, dass man seine Kinder aufklärte, nicht zuletzt auch, um ungewollte Schwangerschaften zu verhindern und das und dann, wie gesagt, später, die ich schon erwähnte, Antibabypille, die sogenannte sexuelle Revolution, aber man kann sich darüber streiten, ob man das jetzt wirklich als sexuell, als Revolution bezeichnet oder nicht, sei dahingestellt, spielt jetzt auch nicht so eine Rolle, jedenfalls, die haben erheblich viel mehr dazu beigetragen, die Pornografie ist im Gegenteil eigentlich erst eine Folge davon, dass sie dann in vielen Ländern legalisiert wurde, erst in Skandinavien und dann später auch anderswo und in vielen Ländern bis heute nach wie vor nicht legal ist, aber ich denke, da haben sich generell die sexuellen Gepflogenheiten auch verändert, einschließlich natürlich auch anderer Praktiken, die dann den meisten Leuten vielleicht über Jahrhunderte unbekannt geblieben sind und die heute natürlich vielleicht viel gängiger geworden sein mögen. Du meinst damit sowas wie auch Tantra, Sex, solche Dinge oder meinst du eher BDSM oder sowas? Ich meine jetzt erstmal allgemein sexuell, sagen wir mal die sexuellen Sitten, wie man das früher ja so nannte oder Gepflogenheiten, dazu gehören einfach Praktiken, ja, BDSM oder Gangbang oder auch homoerotische Praktiken und so, ganz allgemein, das hat jetzt mit Tantra überhaupt nichts zu tun. Warum? Das ist ja vielleicht ganz interessant, Tantra ist ja auch so ein Schlagwort geworden, das bedeutet mittlerweile alles und nichts, aber das heißt ja nicht, dass es nicht so etwas wie eine echte Tantra-Tradition im östlichen Raum, vor allen Dingen in Indien, gab, im chinesischen nennt man das dann eher innere Alchemie, aber das spielt ja jetzt nicht so eine Rolle, aber das war eigentlich schon immer ein Minderheitenprogramm, genau wie Mystik ein Minderheitenprogramm war, genau wie übrigens Magie oder Zauberei ein Minderheitenprogramm war und auch geblieben ist. Ja, mittlerweile gibt es eine Menge, natürlich, da kannst du dich im Kapitalismus immer darauf verlassen, dass sowas natürlich prompt kommerzialisiert wird, deswegen gibt es inzwischen eine Menge Tantra-Seminare und nicht erst seit heute, man denke mal an die Bewegung der Bagwan-Leute, als Bagwan, beziehungsweise später nannte er sich ja Osho, dann aufkam und überall die orange gekleideten Leute mit ihrer Maler rumliefen, damals wurden auch schon jede Menge Tantra-Workshops und so weiter angeboten und da machte das dann so richtig die Runde. Ursprünglich eigentlich und ich will mal sagen, wenn man mal von diesem kommerziellen Flach-Esoterik- Veranstaltungen mal abzieht, gilt das noch bis heute, ist Tantra eigentlich was für wenige Spezialisten. Ja, wobei, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, diese sexuelle Revolution, so Hippie-Zeit, 68er-Zeit, das ist ja nun auch wieder eine Zeit, wo zum Beispiel ein Crowley wieder zu einem Popstar wird, also so zufällig empfinde ich das nicht, oder? Da ist doch eine Suche dahinter, dass man plötzlich den Leuten wieder guckt oder? Was zweifellos richtig ist, ist, dass in der Hippie-Zeit dann eine im Westen mindestens mal eine massive Öffnung gegenüber östlichen Kulturen, das heißt natürlich auch Religion beziehungsweise spirituellen Traditionen stattfindet. Ja, plötzlich ist Yoga nicht mehr nur so ein Exotikum, ist dann sogar bis ins westdeutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen dann eingedrungen, Karin Karin Sebroff und solche Leute, die dann plötzlich vor dem Bildschirm für alle dann Yoga poor exerzierte, in welcher Form, ist eine andere Geschichte, mir haben sich damals die Fußnägel hochgerollt, aber okay, es war eine Popularisierung, das ist auch ein Produkt dieser Hippie-Epoche gewesen, es ist völlig richtig und da hat man dann auch sowas wie Kundalini-Yoga entdeckt oder Tantra und andere östliche spirituelle Traditionen und das war ja auch in Puna, als Bhagwan dort noch zumindest in der ersten Phase tätig war, später ist er noch wieder hin, aber war ja zwischendurch woanders, aber das war auch dort ein massiver Magnet für Leute, dass so etwas dort gelehrt, praktiziert vermittelt wurde und das hat natürlich schon eine Menge Leute bewegt, aber bitte auch die Hippie-Bewegung, wie viel Prozent, also jetzt rein demografisch gesehen, wie viel Prozent der Bevölkerung hat die wirklich unmittelbar betroffen? Ja, das war ein Teil, nicht mal die komplette Jugend, also wenn man unter Jugend jetzt mal Leute unter sagen wir 23, 24 oder sowas definiert, dann waren damals, ich rede mal so von 68, 70 rum oder sowas, wie viel Prozent dieser Alterskohorte waren damals der Hippie-Bewegung zuzurechnen, also ich würde mal sagen wahrscheinlich keine 10 Prozent, die haben nur furchtbar viel Wind in Medien gemacht und bekommen und da spielen natürlich auch noch andere Sachen eine Rolle, zum Beispiel Drogen und eine völlig andere Sicht, da kamen dann auch da wurde nicht nur Alistair Crowley zum Popstar, sondern auch ein Timothy Leary und ein Herb Alpert alias Barbaramdas mit LSD vor allem und dann andere, dann kam Castaneda und plötzlich waren alle auf Peyote scharf und Magic Mushrooms und so weiter, das kommt auch alles aus dieser Zeit, hat aber wie gesagt mit Sexualmagie eigentlich eher peripher zu tun. Und doch ist es natürlich so ein Schlagwort, was sogar heute noch hängen bleibt, wenn du jemanden fragst, der viel später geboren ist, dann werden wir sagen, ja freie Liebe, also Drogen, LSD und freie Liebe, das kommt ja in einem Atemzug, aber jetzt bleiben wir mal an der Stelle, gehen wir noch mal tiefer rein, vielleicht auch für die geneigten Zuhörer, die jetzt vielleicht traf warten, wann kommen sie denn endlich mal wirklich auf das Magische selber zu sprechen, was ist der Sinn, ein sexualmagisches Ritual durchzuführen, was will ich da bezwecken, ich will ja nicht bloß ein Kind zeugen, ich will ja nicht bloß Spaß haben, sondern da ist ja was anderes dahinter, würde ich jetzt mal behaupten. Fangen wir mal mit dem Begriff Ritual an, das ist auch so ein Missverständnis, dass Magie immer was mit Ritualen zu tun hört, ja, das kann sie haben, ja, es gibt jede Menge Ritualmagie, aber der größte Teil von sagen wir mal zauberischen Operationen, die würde ich genau so bezeichnen, als magische oder zauberische Operation, ob das immer ein Ritual ist, sei jetzt mal dahingestellt, wenn du eine Sigel nach dem System von Austin Osmond Spare auflädst, indem du beispielsweise masturbierst und sie zum sexuellen Höhepunkt dann vor die Augen hältst, dann nenne ich das nicht Ritual, das ist eine magische Operation, sie gilt magische sicher, aber es ist nicht unbedingt ein Ritual, das ist deshalb wichtig, weil Rituale ja etwas sehr formalisiertes sind in der Regel und auch etwas, was wiederholt werden soll und da sogar muss und Sexualmagie deckt eine Menge mehr ab, als nur das Rituelle tun. Okay, gehen wir mal in den Versuch einer Definition, was ist Sexualmagie? Sexualmagie ist eine Disziplin, mit der der Versuch unternommen wird, sexuelle Erregung zu magischen Zwecken zu nutzen. Bitte genau zuhören, ich habe nicht von sexueller Energie gesprochen. Sexuelle Energie ist wiederum die Deutung dessen, was durch sexuelle Erregung vielleicht stattfindet oder auch nicht. Das ist das Energiemodell der Magie. Man muss das nicht so sehen, man kann das zum Beispiel auch rein psychologisch sehen, ohne dass man jetzt von irgendwelchen Energien oder Kräften spricht, ist in der Regel, mindestens im Westen und im großen Teil auch im Osten, speziell in den tantrischen Traditionen, nicht der Fall. Es wird meistens auf dem Energielevel verhandelt und gedeutet, ist aber wie gesagt nicht schwingend. Auf jeden Fall worauf läuft es hinaus, dass man sexuelle Erregung wie auch immer hergestellt, ob autoerotisch, also allein oder mit einem Partner, gleich welchen Geschlechts, das spielt jetzt auch erstmal keine Rolle, wo sexuelle Erregung hergestellt wird, um sie dann auf ein magisches Ziel zu lenken. Ich denke, das ist eine halbwegs neutrale Definition, mit der sich auch die allermeisten Sexualmagierinnen und Magier anfreunden können, ohne dass sie jetzt darauf eingeht, wie das im einzelnen verschiedenen Traditionen oder Techniken, Verfahrensweisen und so weiter dann gehandhabt wird. Also es geht um ein Kanalisieren sozusagen. Ganz richtig. Auf ein Ziel lenken, zum Beispiel eine Sigille, um die aufzunehmen. Zum Beispiel, ja. Was mache ich denn dann, ich frage mal ganz naiv, was mache ich denn dann mit der aufgeladenen Sigille wiederum? Also ist das nicht ein Zweckentfremden in gewisser Weise. Von was? Welchem Zweck? Vom eigentlichen Sexualakt. Der eigentliche Sexualakt zielt ja Wenn du den Sexualakt so definierst, dass er nur der Fortpflanzung dient, dann wird dich der Papst zwar möglicherweise irgendwann selig sprechen. Ja, das kann schon sein. Herzlichen Glückwunsch. Wenn es mit einer kleinen Summe verbunden ist, die überwiesen wird, hätte ich da gar nichts dagegen. Im Gegenteil, ich vermute mal, da wirst du vielleicht eine kleine Summe überweisen müssen, damit der ganze organisatorische Aufwand, verstehst du, man hat ja Unkosten, es gibt ja einen guten Zweck, aber Scherz beiseite. Die Frage, was ist ja, was Sexualität eigentlich soll. Okay, biologistisch betrachtet, dient sie der Fortpflanzung, sonst nichts. Im Tierreich findet man das sehr oft. Die einzige Sexualität, die stattfindet, ist sofort mit Fortpflanzung gekoppelt. Danach und davor ist nichts. Okay, kommt vor. Es gibt bei Primaten teilweise aber auch andere Herangehensweisen. Es scheint sich aber mehr oder weniger, ich bin jetzt kein Zoologe und Biologe, da will ich mich jetzt also auch nicht festlegen auf alle Zeiten, aber es scheint sich mehr oder weniger auf Primaten zu konzentrieren, dass die auch, sagen wir mal, Sexualität ohne Fortpflanzung oder Fortpflanzungsabsicht haben. Das gilt übrigens auch für Homoerotik oder Homosexualität im Tierreich. Schwäne zum Beispiel. Man findet das aber auch teilweise bei Jungstieren, wenn die alleine auf der Weide stehen oder so, dass sie dies gegenseitig begatten. Da kann von Fortpflanzung auch keine Rede sein. und von daher bin ich mit diesem Begriff der Zweckentfremdung ein bisschen vorsichtig, weil, wie ich ja gerade ausführte, hängt davon ab, wie du Zweck definierst. Ja, na gut, in dem Falle könnte man sagen, da ist der Zweck eben entweder Lust empfinden oder vielleicht auch Stress abzubauen oder sowas. Also es hätte immer noch, sage ich mal, irgendwie einen greifbaren Hintergrund in der Psyche des Wesens, was das macht. Das klang jetzt voll hochgestochen, was ich gesagt habe, des Lebewesens. Aber wenn ich jetzt an Magie denke, geht es ja nochmal um was anderes. Eine Sigille aufzuladen, um die dann wiederum zu was auch immer zu verwenden, ist doch nochmal ein ganzer Schritt weiter gedacht eigentlich. Eigentlich wird die Sigille, wenn sie so, ich sage, dem Sperr-System geladen wird, wird die nicht weiterverwendet. Die wird dann weggetan. Unter Umständen auch vernichtet. Die hat dann ihren Zweck erfüllt. Denn Zweck der Sigill in dem Fall ist es, und jetzt sind wir bei der Frage, warum überhaupt Sexualität? Zweck der Sigill, ich rede, wie gesagt, noch von dem System von Sperr, ist es ja nichts anderes als den Willenssatz sozusagen ins Unterbewusstsein einzupflanzen oder ins Unbewusste, wenn man es jungianisch ausdrücken will. Ist das erfolgt? Dazu dient die Sigill. Darunter steht diese Zensurlehre von Sigmund Freud, die besagt, dass der Zensur Sachen verhindert. Im Übrigen, das hat übrigens nicht nur was mit Freud zu tun. Ich frage ja auch, wo Freud das wiederum her hat. Diese Geschichte, wenn man sich ganz kräftig was wünscht, ist das oft die Garantie dafür, dass es nicht stattfinden wird. Oft machen Menschen ja die Erfahrung, unabhängig von Magie, die müssen da keine Zeile von Crowley gelesen haben oder aus den Osmansberg. Die müssen nicht mal Sigmund Freud kennen oder so was, die Tiefenpsychologie. Die machen die Erfahrung, dass sich Wünsche erst dann erfüllen, nachdem er sie schon vergessen hat oder davon abgelassen hat. Da gibt es dann auch ganze Philosophien, die sich darum ranken, das chinesische Wu Wei etwa, das Nicht-Handelnd-Handeln. Oder im Buch des Gesetzes von Crowley, wo dann auch gesagt wird, denn reines Tun frei von Lust nach Ergebnis ist heilig. Das ist das Prinzip des Karma-Yoga und so weiter und so fort. Naja, und Speer nutzt das, indem er sagt, okay, wir schmuggeln an dem Sensor den Willenssatz vorbei, indem wir ihn verfremden, indem wir eine Grafik draus machen, die, wenn man sie anschaut, nichts darüber aussagt, was da eigentlich hinter steht. Und wenn das passiert ist, wenn die Siegel erst mal eingepflanzt ist in die Psyche, dann kann sie weg, dann wird sie nicht mehr gebraucht. Die materielle Siegel, aber die immaterielle ist ja in der Psyche drin. Richtig. Ja, okay, klar, aber der nächste Punkt, dann soll sie vergessen werden. Du sollst am besten an die ganze Operation nicht mehr denken. Okay. Insofern fängst du auch nichts mehr damit an, sondern die Sache ist eigentlich erledigt. Der Rest ist sozusagen überantwortet jetzt dem Unbewussten, das soll jetzt die Arbeit für dich leisten. Die Siegel ist sozusagen so eine Art Transportmittel, die ich visualisiere und dann transportiert die sozusagen diese Energie, die ich rausspritze, sage ich jetzt mal, ein bisschen obszön beim Masturbieren. Entschuldigung. Ja, ob die Energie... Dann wird die Energie quasi virtuell wieder zurück ins Unbewusste. Nein, da muss ich dich korrigieren. Das hat mit Energie zunächst mal gar nichts zu tun. Hier geht es darum, und davon habe ich auch nicht geredet. Ich habe gesagt, es wird der Willenssatz transportiert. Da ist ein Willenssatz, das ist zur Voraussetzung der Siegel, denn aus diesem Willenssatz wird ja die Siegel nach Sperr, wie gesagt, immer wird sie ja gebaut mit den Buchstaben des Satzes und so weiter. Und da wird keine Energie übertragen. Warum die Sexualität? Weil, das ist die Unterstellung, im Zustand des Orgasmus die Grenze zwischen Bewusstsein und Unbewussten offen ist, durchlässig ist. Im Orgasmus ist der Zensor quasi kurz ausgeschaltet. Ganz genau. Und da gibt es dann zwischen Bewusstsein und Unbewussten eigentlich keine echte Trennung mehr. Und deswegen, das ist ja was Spares Logik, deswegen wird dieser Zustand verwendet, um die Siegel dann zu versenken, die Tür ist offen, wenn man so will. Die bleibt sonst normalerweise geschlossen oder knarzt und geht nicht richtig auf, wie auch immer. Und das ist übrigens auch das Wesen jeder Trance-Arbeit. Die Trance-Arbeit dient ja nur dazu, diese Schwelle zwischen Bewusstsein oder Alltagsbewusstsein, wie man das ja auch gern nennt, und kosmischem Bewusstsein oder spirituellem Bewusstsein oder dem Unbewussten. Es gibt verschiedenste Modelle, das darzustellen. diese Schwelle auf Null zu senken, damit eine Durchlässigkeit erfolgt und damit dann auch das, was wir so herkömmlich mangelsbessere Begriffe und mangelsbesseren Verständnisses dann einfach so mehr oder weniger hilflos Intuition nennen, damit das zutage kommen kann. Wenn ein Medium beispielsweise, egal ob es jetzt in eine Kristallkugel schaut oder in einer Seance teilnimmt oder Tarotkarten ausdeutet, wie auch immer, wenn ein Medium tätig wird, dann versucht es ja, diese Intuition durchzukriegen ins Bewusstsein, ins Artikulierbare. Und dann kommen dann die Aussagen, die Deutungen, die Visionen, was auch immer. Und die Sexualität, die wird nun mal als ein Trance, im Grunde genommen, das ist eigentlich das ganze Geheimnis der Sexualmagie, die Sexualität gilt als ein ideales Trance-Herstellungsinstrument. Ist das vielleicht auch der Grund, warum die Sexualität so verpönt worden ist? Man will die Leute ja schön an der Kandache halten und gut beherrschen, wenn es ihnen dieses eine sehr wichtige Instrument verteufelt sozusagen. Und also Stichwort katholische Kirche und so weiter. Könnte das ein Grund sein? Oder ist das zu weitgekauft? Also wenn du eine Religion bauen willst, machen wir uns mal einen kleinen Religionsbaukasten. Wenn du eine Religion bauen willst und möchtest Leute damit kontrollieren und deshalb solltest du sonst eine Religion bauen wollen, dann gibt es zwei Klammern, die du brauchst. Ihre Ernährung und ihre Fortpflanzung. Wenn du die regulierst, dann hast du sie weitgehend im Griff. Weil verkürzt gesagt, die meisten Leute leben so, dass sie fressen, scheißen und bumsen und fertig. Das ist jetzt sehr bösartig ausgedrückt. Nein, es ist interessant. Jetzt kommt bloß schon gerade die Assoziation zur heutigen Zeit, Stichwort Ernährung, mit der ganzen Geschichte veganer Ernährung und hin und her. Es ist vielleicht ein bisschen gemein, das jetzt so eins zu eins aneinander zu stellen, aber trotzdem war die Assoziation gerade da. Naja, sagen wir mal so, der Puritanismus und wenn man Puritanismus sagt, meint man ja meistens irgendeine Form von Askese oder Askese hochhaltende Weltanschauung. Der will das regulieren und das tun die unterschiedlichen Konfessionen auf unterschiedliche Weise. Der Islam macht das anders als das orthodoxe Judentum etwa oder als der Katholizismus. Katholiken machen das vielleicht wieder anders als Baptisten oder Zeugen Jehovas oder Lutheraner oder Episkopale und so weiter. Aber grundsätzlich, es wird die, man sieht das schon im Alten Testament sehr deutlich, es wird zum Beispiel, es werden Regeln über die Ernährung aufgestellt. Ja, ja. Es werden Regeln über die Fortpflanzung aufgestellt. Sexualität ist dann eigentlich eher, wenn man so will, auch wieder ein Subset davon. Die Fortpflanzung, die setzt natürlich normalerweise Sexualität voraus. Also wird die Sexualität reglementiert. Aber es geht nicht zuletzt auch darum, zwei Dinge. Erstens, naja, das wissen wir seit der Feminismus und der Patriarchatsforschung und so weiter, was zum Beispiel matrilineale und patrilineale Erbvolken angeht und so weiter. Es gibt ja diesen schönen Volkswunschspruch, ein weiser Mann, wer seinen Vater kennt. Die Mutter kennt man in der Regel. Also wenn die nicht gestorben oder abgehauen ist oder sowas. Und also man mit ihr aufwächst, über die Mutterschaft gibt es wenig Zweifel, weil die Frau das Kind austrägt. Das ist sichtbar, dafür gibt es Zeugen und so weiter. Wer der Vater ist, das ist nicht unbedingt evident. Und das spielt dann wieder ab den sesshaften Kulturen wieder eine Rolle, weil es dann darum geht, wie man Besitz, insbesondere Immobilien besitzt, Ländereien, Acker und so weiter, wie man so etwas vererbt. Und wenn der eigene Nachwuchs bevorzugt werden soll, dann muss sichergestellt werden, dass der eigene Nachwuchs auch wirklich der eigene Nachwuchs ist. Und dazu dient dann unter anderem auch die Regulierung von Sexualität und Fortpflanzung. Und das Zweite ist, hast du die Leute auch bei der Ernährung im Griff, ja, dann kannst du eben irrsinnig viel regeln. Wenn du ihnen vorschreibst, wie sie sich zu ernähren haben und ihnen vorschreibst, wie sie sich fortzupflanzen haben oder sich so ein wenig auch sexuell artikulieren dürfen, dann hast du zwei ganz wesentliche Triebelemente, nämlich den Selbsterhalt, also das Überleben und die Fortpflanzung, also den Erhalt der Art, hast du in den Griff bekommen. Und das machen eigentlich alle Religionen, egal wie liberal sie sich bisweilen auch an der Oberfläche geben mögen. Wobei, ich muss jetzt mal sagen, es kommt vielleicht ein bisschen so ein negativer Zungenschlag rein im Sinne von die Leute beherrschen, aber es hat ja auch ein ganz nachvollziehbares Ziel, dass eine Gemeinschaft von Menschen gesund sein soll, wehrhaft sein soll. Ja, wenn ich mich da falsch ernähre und fett bin und keinen Sport treibe, dann kann ich meine Feinde ja nicht abwehren. Naja, ich sage damit auch nicht, dass das grundsätzlich alles verkehrt ist. Das wäre, ich weiß, dass das, es ist gut, dass du es ansprichst, weil das ist so ein Reflex, der kommt sehr schnell und der ist meistens wenig hinterfragt, dass man das Ganze dann abtut. Das haben wir ja auch, muss ich sagen, in der Hippie-Zeit und ich bin ja auch so, ich bin auch ein spät 68er, das haben wir dann auch gern getan und dann also einfach rumgerotzt, wie furchtbar das alles ist und wie verklemmt alle die ganze, sagen wir mal, Mainstream-Sexualmoral und so weiter und so fort, dass das Ganze durchaus auch, sagen wir mal, gesellschaftspolitische oder von mir aus auch tribalistisch gesprochen, Stammeserhaltungsfunktionen und so weiter hat, das wird dabei gerne schnell übersehen. Damit sage ich nicht, dass das alles dadurch zu rechtfertigen ist, aber es ist ein ganz legitimes, eine ganz legitime Logik, die dem Ganzen auch zugrunde liegt, die sollte man nicht einfach nur so wegwischen, nur weil man es gerne etwas libertärer hätte. Ja, da bin ich absolut bei dir. Ich meine, was einen nur ärgert ist, wenn dann sozusagen mit doppeltem Maß gemessen wird, also ich sage jetzt mal, Stichwort, Verkauf von Alkohol und Zigaretten, verdient der Staat Milliarden jedes Jahr daran und gleichzeitig wirkt es verteufelt und das ist dann eigentlich irgendwie inkonsequent, aber diese tagespolitische Diskussion muss man ja jetzt nicht aufmachen. Ja, da könnten wir auch die Zölibat-Thematik in der katholischen Kirche noch mit heranführen und die Verführung von Kindern durch Geistliche, aber das hat jetzt mit der Sexualmagie eigentlich eher nichts zu tun. Ja, ja. Mein Lieber, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses hochinteressante und anregende Gespräch, um nicht zu sagen erregendes Gespräch, im Geiste erregend auf jeden Fall. Natürlich reizspirituell gemeint, das verstehe ich noch. Absolut, ja. Mein Lieber, es ist sehr schön. Vielen, vielen Dank, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit am Wochenende jetzt hast. Ja, gerne. Und ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ditto, jederzeit. Mach's gut. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.